so letzter strike bevor es los geht und diesmal auf merkur also komplett neuen strike ich kenne den gar nicht ich kenne den hier überhaupt nicht komplett neu dann werde ich mal schauen wie das funktioniert geil kann nicht gerufen werden gut also ab zum immer forst ich bin gespannt weil so sehr auf merkur habe ich mich noch nicht rumgetrieben um ja was da großartig zu kennen die gegend ich habe da wirklich kaum was gemacht da ja bin auch gespannt wenn wenn ich oft hier dann rumeiere vielleicht tokens hier sammeln was man so bei dem bruder hier abholen kann so weil hier kenne ich wirklich den strike ist jetzt genau das problem ich habe den grund den ursprungsgeist wieder erschaffen ich dachte ich könnte ihn kontrollieren oder das denkst du immer deshalb reden die leute schlecht über dich ne sag ich röster ach doch moment doch ich war hier stimmt er stimmt das habe ich schon mal gemacht ja ja jetzt erinnere ich mich genau tore für tore ja ja so hallo ich wurde jetzt ganz schön gestoppt hier ne also es war jetzt nicht feierlich glaub kann man wenn man schafft wirklich hier speedrun mäßig hier durch ja stimmt war ich doch mit der truppe hier die glaube ich auch so speedrun mäßig ja auch hier unterwegs war so danke so so genau ja braucht man sich jetzt hier nicht stundenlang zu tode schlagen so geht es ja wirklich durch oben fertig bist du da genau ja sparen wir doch uns zeit so immer für die leute dann so doof die die strikes dann gar nicht kennen gerne vielleicht ein paar sachen wissen wollen ja das könnte wehtun so perfekt so ja passt doch ich glaube nur der kollege ist jetzt alleine viele elemente deines ersten besuchs wurden erneuter schaffen nur der algorithmus fehlt oder kämpfe moment als würde dein leben davon abhängen weil es das nämlich tut ich habe da jetzt jetzt weiß ich doch nicht ob ich jetzt hier war das kommt nicht nochmal vor also die wechseln hier so richtig schön nice aus ein sonnensänger ausweichen ja ich bin akkus nutzer genau und erleuchtet es entgramm ja ja levelaufstieg ich sag immer noch gerne glänzendes aber dass er jetzt erleuchtend ist na so schneeball machen und booyah na magst du nicht magst kein schneebälle hier ist mir latten ach die sind schon ohne mich weiter man ich hatte grad meinen spaß hui schneeball nehmen und tschüss das ist richtig geile idee nachdem der hüter den ursprungsgeist zum ersten mal zerstört hat haben wir wochenlang diese simulation auseinander genommen die wechsel haben sie komplett wieder aufgebaut ich warste wirklich ordentlich Mist gebaut finde sie es war ein riesig gut dass ich eingehen musste sakira der hüter hat das im griff so sark so ok so putz so zu zweit zu dritt zu viert ich war falsch peinlich aber ja schau dir den temporalen schild bei diesem minotaurus an er schluckt kugeln als hätte sie nie abgefeuert du mit deinem scheißschild ehrlich ey ah kann ich da noch ah wird ja nicht der einzige schneeballhaufen sein ich wollte doch nicht abkacken aber irgendwas hat mich schon wieder blockiert als ich nach hinten gegangen bin das war wieder so ordentlich klar ne das ist etwas was ich an shootern immer hasse das in dem moment die ich was blockiert ne so doppelt schneebälle müsste ja wohl reichen so so weit so gut so weit so gut so so zapp so wieso ich mir die schneeball wieder krabsche wieder der kollege so fangen wir alles mit wie gesagt schneeball sack ich jetzt immer ein also das ist echt kleiner hilfsnot hier gut wenn man ein super schwertchen hat dann ist alles kein problem aber schön wie lange die betäubt sind du scheinst dich auszukennen was habe ich denn sonst noch so verpasst wir sind von ein paar gravitationskanonen gesprungen ich glaube sagira ist ja echt eine richtige schätzchen schneebälle es muss das kaputt genau dann kann der johnny angegriffen werden jetzt lacher zack immer gespannt und wir hoch versucht mir die kontrolle zu nehmen ich habe deine simulation vom rest des forsts isoliert aber ich kann den wechs geist nur bedingt den schach halten wir machen das schon osiris ich glaube ich habe das schon mal gemacht ich weiß nicht mehr ok 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 so dankeschön und ich glaube jetzt waren wir alle mal tot so schön mit dem schneeball was jetzt kommt es ist so ekelig mit der waffe ich mag die voll nicht hau zwar schön rein aber ich mag die beste will nicht wir werden echt keine freunde wir werden ja auch keine freunde hier so so jetzt damagen wir mal ein bisschen vermarkt hier probleme hey großer und wieder beleben ok ach so und wieder mal eine etage höher ein gut ach hier ich glaube der papa geht hier gleich drauf helfe aber jetzt aber wirklich nur mal eben grad meine nette so so ich liebe das scheiß den und wieder und wieder geil ich glaube ich glaube ich war wirklich noch hier so ich bin hier halt mal ein das netzwerk dieser säule gezogen die weg sind ganz schön sauer das wäre ich auch entschuldige uns kurz während wir sie ähm flach machen das fülle sich nach riesengroßen aua an na oh das hört hier mal ganz biestig aua an oh kick bist du machst das schon hmm reise ah schossen fies mit den drei kugeln nur genau leider mache ich rein ein bisschen ziemlich ziemlich aufpassen also schon im mond glaubt gleich fangen die großen an ihren spaß zu haben ja wo ist sag ich schon jetzt von unter aber das ist kein thema digga willst mich jetzt hier richtig zahlfleisch fühlen wo hat er aber ein husky grad dankeschön mein gott oh das ist so fies fiese möb ne sehr anspruchsvoll strike hier wenn man nicht dauernd einen am sack kriegen würde wäre es mega aus dem gleichen ok ok uuuh jetzt mal in deckung gehen wenn es ist dass ich ein bisschen hier der menschen hi hi na süßer hey baby na du süßes ding du bist bestimmt was bist du denn ein kerl mei egal ich sag süßer oder süßer da lege ich immer entweder von meinen immer auf richtig 50 50 das ist spooky oh nochmal damagen schön oh 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 heiß und fertig äh fertig naja du bist doch mir einer bist du nicht mehr normal hier hm ne bist du nicht nimm mal das hier wasser ist doch ätzend mhm dreht sich mega im kreise so und tschüss ich bin nochmal weg ah geh mal hin der ursprungsgeist wurde auseinandergenommen hekelhafte kugel heute löschen wir wirklich überall brände ich muss ehrlich sein ich habe keine ahnung wo ihr seid wir stecken zwischen drei simulationen ja wir haben gerade den größten wächst zykloppen getroffen den ich jemals gesehen habe so wir haben ihn halbiert alles eingesackt alles eingesackt alles eingesackt oh yeah jetzt kann ich meinen grame machen oh yeah verschwindet bevor sich die simulation schließt in farbe und boot so gesagt getan geschafft erledigt und ich würde einfach sagen wir kehren zum orbit und in der nächsten folge können wir ja gucken was n grammelmäßig da rausgekommen ist ich kann ja eben kurz mal schauen was wir überhaupt noch so gebuttert bekommen haben da ist das kann ich abfrühstücken da ist halt frühstücke ich das auch noch ab wer braucht das schon ich nicht zack so handschuhe ich glaube mittel erstmal kann kann man meine 300 erstmal nicht so 312 hier über treffen so dann habe ich das dann habe ich das gut ich würde sagen in der nächsten folge sehen wir uns wieder dann auf den turm endgramme und dann schauen wir was wir noch so machen also bis gleich oder später oder nächste folge ihr wisst schon